Jacqueline, holst du die beiden Jungs ein, bitte? Ich muss auch fast noch rechnen. Für mich sieht alles so dunkel aus. Ach, jetzt wird's heller. Oh, das ist kein Schiff. Seid ihr ein Paar? Nee. Scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Seid ihr ein Paar? Nein. Was gibt's zweimal für? Ja, es darf ein Juni mal geben. Ach. Ach, ist jetzt auch egal. Ich habe auch nur eine Gruppe zu mir gesagt, sie sind fisch. Ich muss auch von dem Geh. Nee, ist so fällig. Was ist denn? Irgendwie eine Kleck erfüllen. Ja, du bist hier. Du bist normal. Ja, die Augen sind. Du bist normal. Vielen Dank.